jo leute und damit willkommen zurück zu dunkelkong country 2 dd's conquest mit dem flash mit zettus gut gelaunt ich häng immer noch bei diesen affen hier rum wenn er so auf den sack geht sein ad ist nur der gegner ja du dachtest auch so rowling 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 nein die futti brennt zwei versuche noch ich frage doch eh gleich wieder das sagst du ja das sag ich weil ich das auch weiß jetzt kommt der schwert die schwert in den arsch jetzt kommt der ich stich 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 hast du den gegner sag ich doch ich habe ein klick zu spät geht zurück zum springen denke dran leben ne ja ich weiß dass ich nur noch 6 leben hab du affe auch geh doch keine lebenscheaten jetzt du affe boah ich muss musst du nicht doch ich geh ne runde fliegen jetzt erstmal ins erste level du gehst ne runde fappen meinst du im ersten level piratenpanikus ah ok ah ok dann passt die steuerung musst du erstmal reingekommen naja mach mal das ist ja nicht nur in das wo das ein g gewesen und hier war doch immer noch ein leben da was meinst du was meinst du was meinst du das g y a ich habe schon wieder 6 leben so schon mal gut anfangen pech nicht pech oh du arsch oh ja renn du mal da rein oh ne da ist eine k oh eine k ein a eine kacke dafür ist das gedacht die bananen sind über buchstaben jetzt so durch mach mal du bist so behindert jetzt hat das gecheckt dass ich da will man verspät in der die munze die munze schlecht ich hab mich gedreht na ja 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 immer diese ausreden immer diese ausreden die wand sein special movie machen der kratzt mit der rufe auf dem erde rum und kann gleich schnell rennen oder was sicherlich klar alles du aber schon ich dachte so kann man sich ja noch kann man sich ja noch mal gönnen kann man aber noch ein leben kann man sie auch noch mal gönnen ja mach mal wo das leben kann wir sind ja nicht so im mario meinst du ja was denn ja guck mal weißt du das macht ja ich berüchtige das auch ich gehe zurück ich brauche auch bei leben wenn ich das kann mache ich das auch ach so bist du einer guck mal ein level habe ich nur hier nicht gemacht mit ihr ja schon verkackt ach da komm ich oben nicht rein das ist und per Handy mal zu schreiben und dem anderen einfach zu sagen, ob der noch in seinem Handy aussah Das ist echt so ein Sackgesicht, ne? War's an? Nein Ich hab nix gehört Dann ist ja gut Hast du vibriert, oder was? Dann war's eben nicht so laut Vielleicht hört man's bei dir Vielleicht, ja Du kleiner Pisser Du machst das auch Du machst das auch immer bei mir Mach ich gar nix Nein Nein, du bist doch für der Mama Ich hab schon fast gedacht, dass es anders ist Weil so ein kurzfristiger Termin hier ist Wir nehmen ja immer auf, wenn wir Lust haben Lust und Laune eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen Eigentlich Eigentlich Nur da sie dann erst um neune ins Bett gegangen wären Ja Yay Gut Ich weiß Ich wollte 25 Stunden machen Ja Das ist der einzige Tag, wo es noch machen kann Es gibt nen Tag, wo man nur 23 Stunden macht Achso Ja Ist auch Betrug Würde ich mal was an dem Tag und schreib 24 Stunden streamen auf Das geht doch gar nicht Ja Ja Du musst ja einen Tag und eine Stunde machen Das ist voll Betrug Ein Tag und eine Stunde Wie war das jetzt nochmal? So Ich muss ja was überlegen Oh oh Das hab ich ja sowieso Sowieso eigentlich Mann du dumme Drecksau Lasagne Nö Nicht bei Lasagne Ja Hehehe Ich hatte die mit See schon So ein bisschen da reingegangen Hab ich mich auch gefreut warum ich da reingegangen Das so macht der Gewohnheit von diesem Level Einfach alles zu machen Ja Findest du? Cool Können ja 102% spielen Nee Am Arsch Nee Im Spiel Doch Am Arsch Im Arsch 102% Hehehe Nicht geschafft Oh du Noob Mir egal Noob noob Mir egal Okay 8 Minuten schon um von Köln Komm einmal noch Mir egal du Arsch Oh wo muss ich denn grad gehen? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? 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 Mit mir ist nix los außer mit YouTube Dann bist du Hallo Maus Hallo Maus Hallo Maus Hallo Maus Was soll das denn jetzt ein Hustlacht Geräusch? Oder ein Ich weiß nicht ob ich behindert bin lachen Und ich hab schon die Angst dass ich grad sterbe Aber das ist ja ein Äffchen Ja Übrigens wenn du die Folge heute raushauen willst ne? Ja Und die hat doch sowieso nix Weil die in Deutschland nicht verfügbar ist Das ist voll egal Können die Amis sich angucken Ja glaubst du nur du Oh nein Boah was machst du da? Was ist los mit dir? Was ist denn los? Binder sein Na das bist du echt Guck mal Lenny ist oben im Channel Lennypenny 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 Na ja Zwüß Boah ich verrückst Ich kennst du diesen Ich frage mich immer noch, aber ich glaube da ist nix. Nö. Na. Da ist aber ein bisschen natürlich dagegen. So wie du. Okay. Oh, wirklich dumm. Ja, das bist du. Muss ja mal warten. Jetzt. Oh na, jetzt kriege ich die Bananen. Bananas. 4 Minuten, der erste Part ist vorbei. Und jetzt ist er vorbei. Hahaha.